Kennen Sie eigentlich Mr. Laurel und Mr. Hardy? Nein? Noch nie gehört? Oder gesehen? Doch, ganz sicher. Stan Laurel und Oliver Hardy. Bei uns besser bekannt als dick und doof. Doch im wirklichen Leben waren die beiden alles andere als nur das. Zwei kreative Köpfe, die Filmgeschichte geschrieben haben. Laurel and Hardy. Das weltweit bekannteste und beliebteste Comedy-Duo der Filmgeschichte. Nicht ohne Grund. Die beiden sind einfach umwerfend. Und haben immer den Durchblick. Glauben Mr. Laurel und Mr. Hardy zumindest. Doch meist, nein, eigentlich immer, kommt es erstens anders und zweitens als die beiden denken. Sie sollten Stan und Ollie also näher kennenlernen. Sie werden verwundert und begeistert sein über Laurel and Hardy. Die komische Liebesgeschichte von dick und doof. Eine internationale Dokumentation über die zwei größten Comedy-Genies der Filmgeschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017